Die Könige, sie folgen einem Stern, sie gehen von Haus zu Haus und suchen unseren Herrn. Hier kommen die Könige, sie folgen einem Stern, sie gehen von Haus zu Haus und suchen unseren Herrn. Ich trage den Stern, ich führe euch an, die freudige Botschaft verkünde ich dann. Geboren aus Christus, gesendet von Gott, die Menschen zu helfen, zu lindern in Not. Als der wahre König kam und im Stalle er verknahm, verkündete sein Stern. Kommt her, ich hab morgen, drei Weiße aus dem Morgenland, haben es zuerst erkannt. Was haben sie getan? Sie betten Jesus an. Ich bin König Waltersall, ich weiß nicht genau, wie es damals war. Der helle Stern tut vor uns her, sein Licht vergesse ich nimmer mehr. Wir brachten ihm Geschenke da, wie es damals üblich war. Weil er auch Gold und Mühle sind, Geschenke für das Gotteskind. Frieder sein, ohren auf Haus, für alle, sie gehen ein und aus. Genießen wir euch nun um Gaben für Menschen, die wenige haben. Wir heilen drei König mit Brüdern und Stern. Wir sehen das Christkindl, gar so viel gern. Wo ist denn der Heil und sei heiliger Ort? So bettet im Stalle, dort treffet ihn an. Dort hin müssen wir reisen und bettet ihn an. Oh liebliche Kindlein, oh heiligter Gott. Beschütze uns alle vor Hunger und Not. Beschütze uns alle vor Hunger und Not. Herzlichen Dank für den Glück, um für die Leid, die mir kam. Jetzt ziehen wir wieder weiter, sei der Herrgut in neun Jahren in kein Begleiter. Schöne, haust du, Maria.